Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wirkliche Spiritualität baut grundsätzlich darauf auf, ganz intensiv und voller Freude zu leben. Während Ihre Geistesgegenwart wächst, wird Ihr Bewusstsein entdecken, dass alles vollkommen ist. Der Geist des Erwachens ist wie ein Spiegel. Weder sucht er die Dinge, noch geht er ihnen aus dem Weg. Was ihm begegnet, reflektiert er und hält dabei doch nichts fest. Der Spiegel handelt vollkommen mühelos. Dabei siegt er über alles und bleibt dabei immer unversehrt. Erlauben Sie den gewöhnlichen Dingen des Lebens nicht, Ihnen anzuhaften. Aber versuchen Sie auch nicht, Sie aus Ihrem Alltag fernzuhalten, sondern lassen Sie all das, woran Sie sich noch festklammern, los. Lassen Sie auch alles andere los. Sie haben nichts zu verlieren außer Ihren Begrenztheiten. Besinnen Sie sich auf Ihr Urvertrauen in die Existenz und spüren Sie wieder die Empfindung einer kosmischen Geborgenheit. Lassen Sie diese kosmische Geborgenheit wachsen, bis sie sie mit Ihrem wundervollen Kraftfeld sicher umhüllt und sie beginnt zu erstrahlen. Ich danke Ihnen.